Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zurück auf dem Sunland Stories Kanal. Im heutigen kurzen Tutorial Video soll sich alles um das Thema Kampfforteil drehen. Wie setzt man den Kampfforteil richtig ein und was ist das überhaupt? Wenn ihr das erfahren wollt, bleibt einfach dran und ich würde sagen viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Fangen wir erstmal mit den Basics an. Im Charakterbogen befindet sich der Unterpunkt Kampfforteil. Je höher dieser Wert ist, umso höher ist auch der Kampfforteil Schaden, den ihr damit austeilt. Der Kampfforteil erhöht den Schaden, wenn ihr den Gegner aus einer vorteilhaften Position aus angreift. Darunter findet ihr den Punkt Wahrnehmung. Verringert den Schaden, den Feinde euch zufügen, während sie euch gegenüber im Kampfforteil sind. Anfangs ist zu erwähnen, dass man nur im Kampfforteil sein kann, wenn man mit zwei Spielern in einer Gruppe ist. Alleine könnt ihr niemals in den Kampfforteil kommen. Viele Spieler werden jetzt sagen, aufgrund einiger Kräfte von mir wären meine Attacken stärker, wenn ich hinter einem Gegner stehe. Dann werde ich doch da auch im Kampfforteil sein. Stimmt nicht ganz, das werde ich euch jetzt anhand dieses Beispiels hier zeigen. Und zwar seht ihr hier eine ganz normale Kampfsituation. Ihr seht hier, ich bin mit einem Mitspieler zusammen unterwegs. Und wir kämpfen in dem Beispiel zwar gegen Puppen, die bewegen sich nicht, da ist es gut zu erklären. Ihr seht auf dem Bild drei Gegnerpuppen und mich und meinen Mitspieler. Unter jeder Puppe könnt ihr einen weißen Halbkreis sehen, der an dem Gegner dran ist, beziehungsweise in der Mitte einen blauen. Jeder Gegner, auf den ihr trefft, hat diesen weißen Kreis. Der wird wahrscheinlich 95% der Spieler, die sich dieses Video anschauen, noch nicht einmal aufgefallen sein. Ging mir genauso. Wenn dieser Kreis blau ist, dann befindet ihr euch bei diesem Gegner im Kampfforteil und macht dadurch mehr Schaden. Der Punkt, beziehungsweise dieser Halbkreis ist aber nicht immer an derselben Stelle, sondern immer gegenüber von eurem Mitspieler. Ihr seht ja die Anordnung, je weiter links oder rechts der Gegner von euch steht, umso weiter verschiebt sich auch der Halbkreis. Also ihr könnt nicht bei allen wahrscheinlich gleichzeitig im Kampfforteil sein, aber ihr seht in dem Beispiel, beim mittleren steht ihr bereits im Kampfforteil, weil genau auf der anderen Seite steht euer Mitspieler. Was bringt der Kampfforteil jetzt? Ich habe ungefähr die Erfahrung gemacht, ich kann euch jetzt keinen genauen Wert sagen, wie viel Prozent mehr Schaden ihr macht, aber ihr habt ja gesehen meinen Wert im Kampfforteil. Ich mache ungefähr 40.000 Crit mit normalen Schaden, also mit normalen Angriff und wenn ich nicht im Kampfforteil bin, mache ich nur 25.000, 20.000 bis 25.000. Sagen wir mal, es ist nicht ganz doppelt so viel, beim Crit nur, nur beim kritischen Treffer, nicht bei normalen Schaden. Es variiert aber auch, mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Da spielen ja auch noch andere Faktoren mit rein, also andere Werte spielen in den Schaden mit rein. Bei der Wahrnehmung ist es dann genau umgekehrt, wenn ihr gegen Mobs kämpft, dann sind ja auch meistens mehrere Gegner auf euch fixiert, da ist ja dann auch, die haben auch diesen weißen Balken, wo sie im Kampfforteil euch gegenüber sind. Da ist der Wahrnehmungswert, je höher er ist, umso weniger Schaden machen die Mobs. Also die Mobs machen natürlich ihren Schaden, aber wenn sie im Kampfforteil sind, machen sie ja nochmal etwas mehr Schaden. Und je höher eure Wahrnehmung ist, umso geringer ist dieser Mehrschaden, sage ich mal. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt gerne einen Kommentar, ich denke aber, ich habe es relativ einfach und kurz erklärt. Gerne ein Like und ein Abo für das Video da lassen, wenn es euch auf dem Kanal gefällt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video, wieder schauen und reingehauen.